Grüezi, ich bin Kathrin Erni von SwissGermanOnline.com Heute gehen wir zusammen zum Zahnarzt. Grüezi Herr Zimmermann Grüezi Herr Zahnarzt Was führt Sie heute zu mir? Ich habe schon länger die Zahnwehe und möchte, dass Sie das wieder in Ordnung bringen. Wieso sind Sie nicht früher gekommen? Wissen Sie, ich versuche einen Zahnarztbesuch so lange wie möglich zu vermeiden. Ich habe darum schon schlechte Erfahrungen gemacht. Um ehrlich zu sein, ich habe Schiss vor dem Zahnarzt. Sie müssen doch keine Angst haben. Ich bin schon ein alter Fuchs mit viel Erfahrung. Lassen Sie mich mal schauen. Machen Sie das Mund ganz weit auf. Ah ja, da haben Sie schon die Zahnsteine. Und zwischen den hinteren Zähnen haben Sie ein rechtes Loch. Zum Glück haben Sie nicht noch länger gewartet mit Ihrem Zahnarztbesuch. Sonst hätte ich Ihnen Wurzelbehandlung machen müssen. Und dann können Sie sich mit der Dentalhygienikerin verabreden, dass sie Ihnen den Zahnstein entfernt. Sonst gibt es dort auch noch Löcher. Tut es bohren weh? Bei so einem grossen Loch würde es schon weh tun. Aber wenn ich Ihnen eine Spritze mache, dann ist der Schmerz nicht mehr so schlimm. Entspannen Sie sich. Das ist das Wichtigste. Und vertrauen Sie mir. Ich weiss, was ich mache. Ja, darum bin ich auch zu Ihnen gekommen. Sie haben ganz viele positive Rückmeldungen. Irgendjemandem muss ich ja vertrauen. Weil so kann es nicht mehr weitergehen. Es ist immer besser, wenn Sie gerade zum Zahnarzt gehen, bevor es schlimmer wird. Also dann, füllen wir an. Und dann, füllen wir an. Und dann, füllen wir an. Und dann, füllen wir an.